ich erschieß dich noch einmal wenn du den satz mein name ist detective peter petersen und meines zerstörten laptops das war in einer dunklen nacht an einem sonntag das licht war sie halt die fresse ich werde ich jetzt umbringen mann ich wollte hier eine coole detektiv geschichte erzählen beim kleinen detektiv büro nee komm her komm her du kleiner das ist die map nee kommt ich erschieße euch alle und einer fehlt irgendwie wer jetzt nicht connect ist ja ich soll noch ja gut ist mir egal ja komm her wenn du mir keine detektiv geschichten gönnst dann könnte ich dir dein leben nicht ganz einfach das habe ich 60 leben er ist unbewaffnet darf sie nicht töten ja ist unbewaffnet abgeschossen finn auch felix felix schießt auf mich felix hat auf mich geschießt felix ist es auch felix hat jemand schon umgebringt unhöflich felix das habe ich dich umgebringt er hat jeff roffel getötet und er snackt ein sandwich dieser kleine fette bastard ich habe auch jedes mal den fucking pack jedes fucking mal ist so das ding jetzt halt auch das fabio sein brain an macht sogar ich sag's ihm du bist gerade vorbeigelaufen aber ich weiß dass der trader bist ja ich so leute sind zurück und dies auch mal ich lecke weil mir ist egal ist bei der jugo ist mir letztlich erschossen habe ich wollte wissen ob man die gläse verschließen kann ich dann leider im weg ok abschneiden er steht da hinten im fenster der richtige bastarde ich wollte einfach nur fabio erschießen dass ich meinen krimi weitererzählen kann und ne vor allem wollte ich noch richtig jetzt machen stimmt jetzt muss ich mir wieder meinen stuhl hinstellen gut er ist falsch rum egal kann man trotzdem drauf sitzen also das war einer dieser kühlen trägen nächte ich saß sie allein in meiner schummrigen bude der aschen qualm filmte den raum sauerstoff war hier kaum vorhanden auf meinem linken ohr schrillte die alarmanlage aber nur für ein paar minuten ach scheiße sie ging doch mal an okay ich wusste ein weiteres verbrechen war im gange und ich wusste diesmal war ich allein weil alle meine freunde sind tot oder mit einer huge bewaffnet was das äquivalent zu tun ich wusste es ist an der zeit aufzubrechen aber ich wusste auch dass meine gegner raffiniert sind und ich wusste es würde zu einem fairen ich habe mich nicht bewegt ich habe mich nicht bewegt also ich wusste dass mein gegner raffiniert ist seine identität ist geheim er ist unter dem codenamen mit zu bekannt da ich nun nicht wusste wie ich weiter mit dem fall vorgehen sollte beschloss ich aufzubrechen jenes geheimnis vor ort dahinten ist er ich schloss meine türen und begab mich wieder zurück gar kein bock auf die scheiße und ich wusste auch dass wenn er die tür öffnen dass er den tod finden würde vielleicht nicht seinen eigenen aber ich sehe nichts meine augen sind voll blutig im rot ich rante um mein leben ich teleportierte mich um mein leben nein ich mache den alarm jetzt aus hier ist nicht sicher ich wusste der einzig sichere platz ist onkel alis werkstatt in der seien hier hat muss die zeit nicht mehr viel zeit scheiße onkel ali hat sich nicht gut abgesichert ok onkel ali war jetzt doch keine gute idee bin ich ehrlich ich habe überlebt und den dämon vor meiner haustür guck mal so guck mal hier mit zu das ist doch so eine intensive detektiv geschichte so ein schöner schluss nämlich uhr schluss so fabio soll ich den tipp geben ich geh jetzt auf die frau ist wenn du eine waffe schießt mal einen ersten schuss also vielleicht nicht unbedingt auf menschen aber ich meine ersten schuss die weg von mir hallo fabio das war mein dach ich was hier zuerst bin ich bin sicherheitsdienst ich kann mich nicht alarm zu dir ja da wird dann alles geschlossen wo verpasst war ja doch nicht geschossen wer ist mein büro wer ist mein büro fenix das kann ich doch theoretisch warum kauf ich kann ja auch theoretisch auch so erschießen und wiederbeleben wenn du hier warst dann ja dann ist das mit der golden die gar kein karma schießt mich und will ich wieder mich hier full life kind ist echt nett hallo was macht ihr mein büro ich habe angst vor jan und ho ein heiliges gerät junge anderen gut ja stimmt da passiert Du bist so abschließend dumm. Das ist mir auch gerade tatsächlich. Junge. Jan war gar nicht? Nein. Nein, natürlich nicht. Du Wurensohn. Der Schuss hat mich gerettet. Ich war das für Sperenz hier in meinem Büro. Jugo hat mich umgebracht hinter dir. Boah, die Luft ist geil. Das war so cool. Das war so cool. Ich habe gerade versucht hier umzubringen. Dann habe ich einfach meinen Schott geändert. Bamm. Ich habe nichts gesagt. Ich habe es einfach ausgeworfen. Und dann habe ich gesagt, mach schön mit dir. Ja, das ist ja. Ja, ich auch. So schön. Das ist so schön. Oh, hier kann ich meine Krimi-Böckchen weiter schreiben. Ich habe jetzt einen besseren Ping als Foxy Fruit. Ich bin in meinem Büro. Oh, ich kriege Stühle weg. So, hier schreibe ich meine Fortsetzung mit meinem schönen Kaffee. Hallo. Getrunken. Also, Passwort eingeben. Eins. Zwei. Drei. Ey. Was geht da schon los? Bin, warum? Detective. Ich sch... Ich... Ich muss das mal aus Versehen. Ich habe vergessen, dass die Dubstep gar kein links klingeln. Man schießt... Ach so. Man schießt einfach auf den Krimi-Autor. Ne, ich geh erstmal scheißen. Sorry. Hat mir jetzt einen Angstschiss besorgt. Ich geh erstmal scheißen. Die Dubstep kann jetzt schon ab. Ah ne, das Klo ist so versifft und hat nicht mal einen Deckel. Das ist mir sehr suspekt. Warte, wo ist das Klo? Ich muss wirklich pissen. Ich muss wirklich pissen. Ich geh muss aufs Klo. Wo ist denn der... Was ist das Klo hier? Äh, in dem Raum, wo der Dubstep muss ein Kaffee kommt. Hallo, wo der Dubstep muss ein Kaffee kommt. Na dann. Machst du denn? Machst du denn? Machst du denn? Finde ich muss gar nicht Treppe hochgelaufen. Pech gehabt. Da sehe ich ja jemanden an meinem Büro vorbeilaufen. Hallo. Hallo. Oh ja. Überlebt. Oh. Wer ist ja gar nicht auf dem Feder? Geht's dir gut? Wo ist das Feste? Hallo. Hallo. Guten Tag. Heißt Lukas, Jungs. Lukas, okay. Lukas, okay. Wo bist du? Ich bin nicht da. Ah, Hugo MX. Kommen Sie doch ins Büro rein. Herr Jungs, hier liegt eine Zigarette mit den Aschbüren von Jan. Ich glaube, ich bin Detective. Ich bin Detective. Ich habe ihn gefunden. Ich habe DNA von Jan gefunden. Das ist mein Büro. Hallo. Ja, ich wollte ein bisschen mehr Luft. Ah, du kannst ja mal Lukas rufen und ihn töten bitte. Hallo, wo ist denn das Klo? Nein, nicht nett. Ich würde gerne das Klo finden. Ich muss ja den Alarm ausgelöst. Diese Scheiß klingelos. Ich lege. Jemand hat den Deckteft. Ich muss ihn umbringen. Warum? Er hat mein Büro zerstört. Ihr Büro hat einen Seiteneingang. Warte, ich muss ein Büro. Oh Gott. Okay. Ich bin kurz scheiße. Also nicht scheiße. Ich muss ganz kurz Musik machen. Cool. Okay. Fabi, du lebst noch, ne? Ja. Gut. Perfekt. Ich weiß, dass Felix Trader ist. Ja, den habe ich gerade erschossen. Da liegt ein Boom-Buddy drin, kann das sein oder soll ich da einfach drauf tippen? Nein, tipp nicht drauf. wozu es lebt nur noch einen twitter du brauchst nichts zu untersuchen ich habe eine dreckswaffe und keine munition ja egal wie eigentlich schlecht ist aber ich habe einfach keine musik hat uns keine ahnung versteckt dich oder so wenn ich dein zähle nein du lebst nur ich lebe noch und lukas ja anscheinend okay du warst bei meinem boom war die kohle hast du ihn untersucht okay ja das gleiche was anderes war cool was willst was viel cooler ist da was cooles entdeckt ja ich hab sechs abhäliger fühle ich du hast bei den sie ich höre das doch radar du schmuck ich nähe aber jetzt also da ist ein paar ist felix eigentlich tot warum habt ihn umgebracht er hat den detektive verschossen also ich meine er war nett ja er hatte schon gründe aber ich weiß nicht er war der einzige die mich verstanden hat schöne lebensgeschichte warum geht die granate so langsam war auch noch am leben die fenster aufschießt ich habe schon etwas probiert weil ich der ladenbesitzer bin welcher qualitätscheck jetzt werden fenster durchschossen also die map ist ja doch noch viel größer als gedacht geile scheiße es gibt quasi nur so drei gebäude aber die fabio bist du los lebt und noch fabio hat sich mit einem fass selbst umgebracht ja das passiert den besten nein bitte keine judendusche judendusche danke ich habe aufgemacht danke ehre dass ich wer vergast worden bitte erschießt mich nicht da hinten steht noch hugo ach so aber ich glaube hier gab es glaube ich eine trader von irgendwo drin oder so weiß ich jetzt nicht irgendjemand wollte mich vergasen oder versumpfen ich habe keine ahnung was das war versumpfen kommt mir eine bessere waffe aus dem scheiß ding kannst du ich da ich dich gerettet habe kannst du mir eine waffe versorgen detektive ich habe keine punkte aber doch du kannst eine haben ich habe noch eine hier geh mal da rein finn du bist du ich bin bei hugo noch ja und da wird irgendwo geschossen höre ich schon ja vom dach oben ist der schießkraft fenster ah danke und ich drehen die peter wir machen fenster auf irgendjemand hat mir gut was ist nur so er ist da im felix weiß ich gar nicht was du machst du hast nichts gesehen ist die jährliche reinigung ok da wo du reingegangen bist wirst du nie wieder rauskommen ist es legit ein labyrinth ok aber das ist auch die map ist halt richtig geil ich bin angeschossen warte war ich das ich glaube nicht ihr seid mir alle dubios irgendwie weiß ich jetzt nicht lukas selbst eigentlich noch weil ich wollte ja nicht noch die waffe geben das ist tatsächlich auch das ist tatsächlich auch 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 also hugo ist es einmal verstehe einmal ich habe so einen schönen kill mit der trader falle ich wollte ich wollte ich wollte so ein nices mindgame machen und mich einfach random weggeballert du hast ja mich auch du hast auf die scheibe geschossen was ist davor auf alle anderen fenster gegenüber wo ich drin wo wir alle drin standen her ich habe doch nicht nein was warum tötest du mich dann einfach so ich habe mich genauso oder man hat so tun als ob du meine leiche findest ja hä hä ich hab sie ja gefunden ich muss halt schon vorher wo sie liegt aber dann geht ja ich stoff dich aber das war ja das war ja jetzt mega cool ich stand auf dem kopf man so spielverderber ohne witz ich stehe auf dem kopf von fabio wieso seid ihr so f*** euch mal ich muss es rausfinden wenn ihr leichen findet gebt mir bescheid ich bin vom gebäude gefallen ich hab fünf ap ich möchte nur aufs dach bitte guten tag meine freunde ich hab alle meine credits ausgegeben du scheiß detektor dafür habe ich jetzt ein visualizer deswegen habe ich tote gesehen ja das guckt das ist geil ne felix ja der ist richtig geil das kann er warte 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 ich hab angst vorm schwarzen mann hier ist hier soll zu machen die rassistisch ich bin schicker happy glaube ich weil du vielleicht nicht umgebracht hast komplett ohne grund das war grund was ist passiert auch ich hab wieder ne jutsch schränke ich dir er wurde umgebracht von dahinten es war lukas bitteschön ich sehe das halt einfach auch dargestellt noch wer lebt denn überhaupt wo ist lukas da hinten irgendwo drin als er der visualizer ist hast du ihn mit crowbar gekippt weil du musst dann leicht ich will den visualizer sein ich hole sie wer ist da fin finn finn ist es achso du willst den visualizer komm warte felix ich zeig dir wo finn ist es felix lebst du auch das nur finn ja ich bin das es achso ja dann lade ich auch nach ich lade auch nach alles gut finn ist im tunnel ich bin da hingelaufen da ging es auf einmal nicht weiter man sieht es nicht finn ist es ja finn hat mich im tunnel angeschossen wer ist er denn jetzt weißt du wo der leiche ist nein nein ich habe ihn ja noch nicht getötet mach mal den radar an felix aber ja ich hab mal radar also ich bin da oben ist einer ich bin aktuell noch im lüftungsschacht und im lüftungsschacht boah ich hab mich nicht schwer zu backen lukas ich will nichts sagen aber wir haben noch ein bisschen dabei und du hast ja einen schuss okay ich bin raus ich bin unten im basement okay fabio fabio falls ich sterbe ich hab ein revive teil ja jetzt schön aber das problem ist halt dass die auf offener straße erschießt kann ich die nicht wiederbeleben jungs war meine letzte runde ich bin weg ciao ja jetzt aber ja 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 habe ich gerade noch auf dem dach gesehen hallo wir waren angeschossen ich habe gerade auch ich glaube wir sind hier auf der trailer lass mal hier lieber drauf gehen tut ich bin hier von außen hä aber das ding war weg als ich da geht alles weg von hier hä Finn lebt noch ja aber wo ist der hä ich da wo du nicht bist jan da wo du nicht bist ich hab tätig ja er war in irgendeinem lüftungsschacht ich bin auch auf dem dach drei leute außer uns es ist einfach fabio er hat er hat einfach felix ja nee alles gut doch nicht alles gut wirklich jan ja ich war die ganze frau wir haben mich so oft umbringen es war jahren gewesen hätte euch beide erschossen aber ich habe halt nicht warum viele auf mich geschossen hat ich habe halt nicht warum finden lüftung schacht auf mich geschossen weil alle gesagt haben sie sind plötzlich tot und dann kommt so ein typ mit hüftung schafft auf mich zu her es waren zwei leute tot ein traitor und ein ende was ist mit dir es waren noch alle am leben außer ein traitor und ein innocent